Hey Leute, ich bin's, eure Maskelmami vom Bau. Naja, wie gesagt, jedenfalls auf dem Weg dahin. Wie ihr wisst, hab ich von extrem Übergewicht und Untergewicht bisher auch gut Normalgewicht geschafft. Aber meine Mission ist es jetzt mal, irgendwann auf die Bühne zu gehen. Zum Frühstück gab's natürlich erstmal einen Kaffee und danach gab's ein Brötchen mit Marmeladen und so einer Schokocreme. Dann hat mich Norbert schon am Fenster begrüßt. Dann war erstmal Muskelkraft gefragt und ich musste den Einkauf schleppen. Auf dem Weg zum Sport erstmal ein bisschen Party mit Energy. Den Tag war übrigens leck day, das war richtig anstrengend, Leute. Danach bin ich ein bisschen spazieren gegangen. Dann gab's zur Zeit Nudeln, bin ich richtig obsesst mit, mit der Light Gourmetsoße von Morn. Proteinpudding als Nachtisch durfte natürlich dann auch nicht fehlen. Und danach hab ich mich auch schon auf dem Weg zum Nachtdienst gemacht. Also wenn ihr sehen wollt, ob ich's zum Maskelmami schaffe, folgt mir gerne.